Easy! Er macht schon die 2-Head-Shits. Oh, Sven, gar nicht schlecht. Ist er tot oder lebt er noch? Nein, er lebt noch. Svenny! Du kannst dich wieder melden, Sven, weil du so krass bist. Ja, ich glaube schon. Das sah mir sehr nach Aim-Bot aus. Ah ja! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde. CS mit der geilsten Truppe überhaupt. Go! Broken Fang. Wieder ein 4er-Trupp. Heute auf Anubis. Nicht so oft gespielt. Die meisten waren noch Jungfrau auf der wunderschönen Map. Und sind coole Runden bei entstanden. War auch wieder sehr witzig. Hatte wieder sehr viel Spaß in dieser Session. Wir streamen auch immer. Meistens Samstag und Sonntag. Und falls euch das interessiert, gerne mal auf unserem Stream vorbeischauen. Auf jeden Fall. Wird wild heute. Viel Spaß! Sven wurde natürlich mehrfach gemeldet, weil er so krass ist. Und... Let's go! Bei CSGO! Das ist ein Huhn! Sven, ist es! Sven hat Leid's ausgemacht. Dein Erd, fertig! Im Match sind sogar in CS für deine... Das Huhn, glaube ich, hat er abgeschossen. Das geht? Scheiße! Können wir uns mal rauswuchen? Ah ja! Was macht man die denn da? Ist es! Tanz! Tanz, Sven! Genau, Sven, hier ist an! Das Huhn! Das ist es! Der Huhn hat mein ganzes AKM-Magazin überlebt. Wegwerfen! Wegwerfen! So, easy game! Na, meine Waffe! Fein fängt mit dem Messer an! Gar nicht abgehoben! Okay, P250 ist krass, hat man mir gesagt, dann spiel ich damit! Du hast ein random Spiel mit Duel Barretas, alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Okay, Bombe geht A und wir lenken ab auf B! Hab ich verstanden! Gut! Das ist die... Einer links! Nice! Hallo! Einer war noch rechts! In der Ecke! An Hit! Alle, 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 alle! Du hast auch vier Stück! Ne, drei! Moment, drei! Kann ich rechnen! Erst hinten durch! A, A, Skadaplenden! Na, klar! Krass! Geil! Haben alle überlebt! Ich för doch ein bisschen lobe! Jaaa! Ersatz, kauft ihr jetzt schon oder noch nicht! Ah, jaaa! Das sind die Mäzipläne! Der ist richtig motiviert aus! Na, der ist richtig motiviert, der richtig Bock! Der hat auch einen roten Sektor! Der hat auch gerade einen roten Sektor! Das sind die Mäzipläne! Das sind die Mäzipläne, der hat auch gar kein Gegner gesehen! Ah, doch einer, einer, einer gesehen! Hier vielleicht auch noch die Flaschreine, Leute! Rainer! Einer! Einer hinten durch! Wer auch noch noch eine Flaschreine aufpassen! Einer rechts! Einer rechts! Einer mitleidiger! Ich hab das alles gut gefolgt! Ja, ich hab das Stück vor hinter der Säule! Ah, ich hab auch noch eine Flaschreine! Ich kann rotieren, lieber Tschüss! Ah! Von hin auch, oder was? Ja! Na, nicht in mein Gesicht! Ich hab jetzt hinter uns wegges Mord! Ja, ich hab auch mehr drauf! Ich bin lau übrigens, wenn ich mir an die Bombe haben will! Sehr gerne! Na, ich nehme gleich von deiner Leiche! Hier sind auch welche! Um die zwei Stück! Die zu lang! Die waren auch nicht hier! Ja, hier rechts! Da rein, Leute! Da rein, da rein! Da rein, da rein! Warum ich die jetzt schon wieder? Reiner! Das! Nix! Oh, hier ist der Fisch! Oh, hier ist der Fisch! Hier ist der Fisch! Was klar! Tunnel? Start! Das kann also ich glaube, wir kommen auch gleich davon, wo wir wegkommen! Kann ich mir vorstellen! Okay! Okay! Einer von denen! 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 Ja! Ich spiel doch dann! Und dann mach ich das mal! Ja, ne! 414 in zwei gemacht. Das ist so lächerlich! Es sei jetzt, wer so ein Thema oder achthema. Easy! es ist ein erhältlich sein mann hier nicht sagen die hauptsache gewonnen und mir kommt eigentlich echt falsch gemacht danke so so leicht kaufen leicht und ich hab jetzt nah warum kriegt ihr alles zugeworfen was soll das was gerade gut geklappt hat 100% winrate bisher er hat gestorben aber heute 100% winrate als bombenträger hrp und schreit die ganze Zeit so bis morgen okay sind wir verteidigen das ist okay dass die die Bombe hin und er ist nicht verabschied das ist die bombe ist weg da zu geworfen haben gewonnen dann habe ich wieder zu geworfen bekommen von im jahren aber trotzdem gibt mir die bombe zu und sagt nicht mehr was die russien vertreten aber doch weiter okay ich bin dann ab ich verteidige die warte bbp 1 bbp hat geplant werfeite das doch immer kann doch weiter hinten rein um eine das rechtlich eigentlich die bohren ich weiß es nicht habe gedrückt er muss kommen okay wir müssen weg ich schaffe es schon wieder nicht ich habe noch zwei leben jetzt noch eine go, das wärs jetzt jetzt haben wir mit mir einen kill flash gemacht so flash und raus ich hab die bombe nicht mehr block mich doch bitte nicht ja hier ist doch ungefährlich und ich wollte da lang und du fass weg okay bombe geht vor, das ist immer doof eigentlich lass mir schlecht vorgehen gang, da Vorsicht dran, tut mir leid das war meine, tut mir leid ich bin so offen wie es geht eigentlich ich kann noch ein spawn halten können mhm fix spawn also unseren spawn aus hoffentlich zumindest ich hab T spawn äh, CT CT spawn einer links die dort kommt auch noch einer durch gut 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 genau nice schön es werden wichtig so lächerlich ich bin schon ja nicht hin hocken es ist letztes wechseln du schaffst nicht mehr planen das zu entschärfen hau ab besser die ante bist du schneller doch look out look out ich lebe doch yeah nice so dann lief doch gut lief doch gut lief echt gut lief echt gut wir machen das zufrieden zufrieden wir schaffen das hier ganz sofried ja du hast die bombe beschlossen ne was du meinst beschlossen ach man oh man ey weg ich flash da mal rein ok warte smoke full flash brenner ich bin full flash und wind alter ich hab nix mehr gesehen aber ich hab noch 5 Leben alter oh mein Gott alles gar weg hier ich bin schon wieder gef- Digga ich krieg nur flashs ab leg mal die smoke und lauf durch ich ja mit rechts geht würdest du dir kurz man das flächen gehen sie vielleicht haben die die mir ein bisschen auf den sack also nur fronten und sich am flash treffen aber das nervt wir können ja maximal zehn haben also noch einer hatte noch eine scheiße Nice, der liegt aber. Okay, er planten. Er will planten. Fuck. Da tu es. Tu es! Hinter, von hinten! Oh man! Scheiße! Kanal! Einer kommt, Kanal. Ich guck, blau zu. Wo wir wegkommen. Außen. Da. Nice. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Du hast noch 10 Bullets. Lass dir Zeit. Er muss nicht sterben. Du bist in einer guten Position. Wo geht es da hin? Keine Ahnung. Nirgendwo hin eigentlich. Geh einfach weg. Oh, tot. Nice. Gut berechnet. Krass. Alles geplant. Ein bisschen Hitze und dann ist ja nicht schlecht. Möchtet ihr mal ein Awe? Ne. Hier, wir switchen. Ich krieg die Jingle Bails und ich krieg die Sniper, mit der ich nicht treff. So. Krieg einfach so eine Awe zugeworfen. Ja, von unserem Mate, dem ich dann gekauft hab. Ja, cool. Hä? Oh, ne. Komm, jetzt hab ich viel Flash. Ich hab einen mal reingefischt. Ich seh nix. Ich seh nix. Noch ne Flash. Ich hab da umgedreht. Ja, hau, 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 hau. Ich fang die ab. Ich fang die ab. Sonst geht ihr wieder weg. Ja, lass. Dann lass aber. Ich fang die ab. Ich hab' einen geholt damit. Ich hab' einen Molotow geschmissen. Also die wollen hier auf Zeit stehen. So, das geht die Mitte und dann über weh. Und ich mach' hier Stress. Was? Haben wir vorhin schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das... Achso. Was ist mir draufgegangen, weil ich ihn absolut sterben lassen hab. Oh, hier ist so viel... Oh, so viele Winkel. Weil wir sind Steps. Ich bin bei dir. Ich mach' aber keine Steps. Kann man ins Wasser oder stirbt man? Okay. So, ganz ruhiges Vorgehen hier. Wird dann frei? Vielleicht haben die Rückzug gemacht. Ich bin bei A. Ich bin Plan B. Willkommen rüber. Oh, deren Form zu gehen. Nein, ich hab' mich verdrückt! Der woher da rumsitzt, der kleine... Hallonke, Alter. Freit! Oh. Ist ja nur noch stehen bleiben. Ganz also. Easy! Er mach' schon nichts wertschätzt. Oh, das ist ja gar nicht schlecht. Ist er tot oder lebt er noch? Nein, er lebt noch. Boah, Svenny! Guck mal! Svenny! Kann's gut machen! Muss ich dich wieder melden, Sven? Weil du so krass bist. Ne, ja. Ich bin auch schon. Das sah mir sehr nach A.M.B. aus. Ah, ja! Kann die da kaufen? Kann die da kaufen? Ja. Ich könnt's uns auch noch mal legen. Sven, Sven kann auch legen. 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 Nur unser Maid, der ist ein bisschen... Die muss, den hab' ich ja vorhin schon gelegt. Ah, ja! Tee läuft. Ich geh mit da. Immer streben. Mirko, nicht mal wieder Stress. Ich flasche hier rein. Ich hole Fleisch in der Mitte. Gut, der ist rechts gewesen. Keines Wortes. Kass. Okay. Einer ist hinten drin, ne? Geht ja mal da rein rein. Oh, ich hab mal Tee mehr getroffen. Sorry. Fuck! Fuck! 98! Witz! Links in der Ecke. Der hat noch zwei Leben. Nein, Mirko, nein! Der Gegner, der der Isch hat nur zwei. Ah, okay. Nice. Läscher dich. Was? Der Fitt ist nicht so. Hint uns. Links, Sven. Was, Sven? Ach, Digga. Ich hab' keinen Aim. Sven! Er hat zwei Seiten. Mirko hat die Lobby verlassen. Ja, er ist rausgeflogen. Ja, fuck. Jungs, ich komm' wieder weg! Nice! So eine Scheiße! Da kriegt man safe kill und dann will er nicht machen. Dann machst du Rage-Refit. Ja, ist so. So einfach. Nächste Mal schießt er nie. Wollen wir rechts rum? Wer hat mich schon mal abgeworfen? Ein blau. Der Metier. Er sieht sich damit, weiss er nicht. Das sehe ich doch auch. So. Er hat einfach seinen ganzen Videos gesehen. Er sieht einfach deinen Streams immer mit. Also langsam schicken die Flashes. Bam, Junge! Fick dich! Aber ich hab' natürlich die Smoke gebankt. Aber ich hab' natürlich die Smoke gebankt. Aber ich hab' auch krasser gemacht. Zwei! Vorsicht! Einer noch links in der Ecke. Bitte! Einmal nicht blockieren! Wer ist das? Ich war da oben auf den Balkon drauf. Hoffentlich nicht. Ich komm' mittelgang. Alter. Blau geht mir jetzt schon ein bisschen auf Popo. Ich hab' einen noch angehettet. Einer, der von hinten kommt. Einer ist oben. Okay, der ist tot. Okay, einer ist down. So. Oh Mann! Scheiße! Einer kommt von Mitte aus. Und einen hab' ich noch. Müsste ich auch noch. Noch in der Mitte, noch in der Mitte. Hab' ich. Ja, nice! Miesi, jetzt muss ich meine Möcke umbringen. Boah, nice! Mega lit! Mega lit! Piss dich! So, Leute. Das sieht cool aus für uns, oder? Anubis ist unsere Map. Ich glaub' auch. Ich glaub' auch. Also, ich bin noch verwirrt auf der Map, aber es ist unsere Map, ja. Wollen wir aufgeben? Wollen wir aufgeben? Wollen wir aufgeben? Ja, lass mal. Ich mach' abstimmen, warte. Ich stunden ab jetzt. Tut mir leid, geht nicht. Wir müssen wieder warten, bis das andere rausgeht. Wenn Mikro rausgeht, dann. Beim nächsten Mal. Nee, ich schon wieder, Alter. Noch eine? Dann ist das Ding. Moinotovs? Ja, mein' ich ja. Aber der macht, der kann eigentlich nix. Also, eigentlich, easy. Leidic, safe hinter dir. Ja, ich mach' den anderen ganz. Oh. Ich hab' keine Ahnung. Boom! Einen hab' ich wieder. Gut gemacht, gut gemacht. Oh, 28 hab' ich noch. Soll wir tauschen? Nee, alles gut. Der Tor ist noch drin, ne? Ich bin so blind. Ich bin so scheiße blind. Mama. Ich seh' nix, aber ich plant mal. Wo war der? Hier hinten drin. Kannst du den markieren? Nein, ich weiß gar nicht wie. Posttaste. Einer kommt von unserem Spawn aus. Einer kommt von unserem Spawn. Da ist einer. Eppitton. Good job. Oh fuck. Einer kommt von unserem Spawn noch aus. Einer von deren Spawn, einer von unseren. Ich weiß nicht mehr, wer der letzte von denen ist. Wissen noch? Ich auch nicht. Ich glaub' der ist nicht. Der von unserem Spawn, der ist bei unserem Spawn gerade. Also wir können die CT spawnen, äh, gehen. Der CT. Ja, CT. Ich will die schon wieder sterben. Bitte nicht. Ja, geil. Oh, du hast ja ne Awe noch. Ich dachte, du bist da umgegangen. Ich hab jetzt ne Awe gesaved. Ein Leben. Ähm. Ja, sind wir die Awe-Spieler, die die Pfeil immer hast? Alles klar. Lass mal ne Awe kaufen. Wieso hab ich jetzt eine Awe? Ich hab' mir drei Aves. Ja, warte. Ich leg' ja mal ne Awe. Hier Sven. Ich will die nicht. Ja, ist gut. Der einzige, der keine Awe hat, der nimmt die Bombe. Find' ich gut. Hört sich dir noch ne Awe rum. Ja, ne 4 Awe. Nein, oh Gott. Also ich glaub' das wird nichts, die Sekunde. Doch. Wieso? Wir sind die, wir sind die, wir sind zu denen geworden, die ich immer hast. Find' ich gut. Das so. Das, 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 das ist die große Geschichte. Ich stand rein. Ich hab' gesagt, ich stand rein. Rein oder, rein oder, das war nicht rein, das war genau die Tür. Ja. Ich stand rein, rein. Und ihr braucht der Awe in Lutschland. Ich bin blöd. Oh mein Gott, ich hab' ja gekürt, ich hab' ja gekürt mit Awe. Oh! Oh! Es ist da rechne. Boah! Links! Links? Nein! Hey, das ist Mann. Ich hab' ja, genau. Ja, jetzt, go. Alter, ich hab' ja mal gekürt mit Awe. Ich hab' ja mal gekürt mit Awe. Das liegt am Skin. Das liegt am Skin. Das krass, ne? Das richtig krass. Ja. So, Awe, warum ich was nur noch? Nee, mir ist dann der Awe gegen geflogen. Hm, komisch. Ja, hier liegt auch nur eine. billiger als die brandgranate was ein unterschied zwischen den beiden weißt du blau warum ich die nicht will der hat kein skin das unter meinem niveau ich hab mein zeus jetzt in dem er zwei ist elektro ich hoffe ich hoffe einfach dass eine thema ist also das ist ja mega dumm hierhin gerade ja er fällt mir nur der bleibt mir jung alle für das dreifache wo ist der weg gestorben von hinten noch aus unserem swan habe ich okay ich habe einen swan hinten habe ich ich habe deren spawn ja dann lass den kommen der weiß jetzt nur von dir okay hier treppe direkt hinter der fight dann ach fuck you were joked den hab da aber den hab da easy blöde aber kein gegner gesehen soll ich aber es helfen ich will keine haben weil die keine skin hat verstehe ich schon so gewehr ich will nicht jetzt von einer ich hab mir schlecht gekauft der klopft doch da wie dumm ist denn der mate der kaufst du ne arme der kaufst du ne arme um es wegzuschmeißen ne lege ich nicht ehrlich nicht er will die ranken wahrscheinlich er will dein echo rating schlecht machen wahrscheinlich der will dafür nicht so geil ranken wie jetzt gerade der wird einfach kein global werden seht das ah der hat einen sniper hat mich angeschossen sage sage ich jetzt aber nichts okay ich bin bei dir ich bin bei dir alles gut da kann nix davon okay du schaffst du mich genau vor mir dann hast du dich je abgeschossen das wollte ich nicht ja aber mit aber halt einfach nicht durchliegen das ist gut naa ich hab auch einen sniper aufpassen okay krass das ist zwei einer CT Richtung und der andere halt da hinten in der Ecke das sind beide easy Mirko Mirko hat einfach gar keine Bock auf Upbreak was los ist denn Mirko? so jetzt habt ihr so viel an wir sind im Tornhub da auch los das soll er wohl wenn er echt die Bombe der andere war nicht war der nicht die Team ja der ist der der Feuillader ich dreh durch muss ich eigentlich Zeiten wechseln jetzt? ne war 15 drei Runden noch drei Runden das kommt dir so vor weil wir schon elf haben ne 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 nein der hat kein Skin hehehe ich felf da eine Fläche und dann geht die weg oh hier hab ich selbst geflasht oh da kommt noch eine Starne du klapper Hund der ist auch angeschlossen da hinten 26 hab ich noch gemacht nach der Fläche brenne mein Sohn kann man da dann alles klar kann man da dann mal klippen für keine Ahnung in 18 Jahren oder so bei mir zu ruhen oder so gar nicht das war der Wolffi deswegen hab ich das gesagt jaja war es denn überhaupt für zwei ähm ähm ok da war noch einer wo da eine Typ lacht nein das kann nicht weil Wolffi lebt noch ich hab ihn nicht tötet ich hab ihn angeschlossen achso war blau das Bombe ums Gefühl in der läuft jemand ja der kommt da durch die door links links wir müssen alleine ja da hab ich dich gesehen weiß ich nicht hm die wissen es also ich glaub die wissen es also ich glaub ich hab meinen Kopf gesehen nein weiß ich nicht nein ich hab mich so vom Blow gerade erschrocken nein ok Splendgranate er ist richtig im COD feeling ok wir machen double bang Leute wo kommst du näher WTF die muss schnell sein 87 war in die Hand oh äh einer davon hat nur 87 noch äh äh 13 andersrum ach komm die war eine gute Smog ja die war wirklich gut ja die war wirklich gut das war doch Absicht hast du gesagt nein alter das war er du würdest schaden 84 in deinen Treffer haben lassen wir können jetzt nicht verlieren das geht nicht ja können wir jetzt aufgeben oh jule ok geil perfekt alles richtig gemacht Leute ich wollt schon sagen zu zweig verlieren ist ja schwach da kann man ja direkt hier deinstallieren gar kein geil ey oh das ist mir all shit geschrieben egal ihr wisst schon wer gemeint ich hab mich jetzt an ne A bezogen das ist ja keine A bezogen well played erstmal dissen fein ist richtig auf Kriegsbus heute holy shit ja da freut sie ne richtig wilde Junge mein Naht und Pox ich war ja nicht umsonst ein Brand aus dem Mittel Julian da war ein einmal close left einen das Kanal unten unter Führung Loll ja ne find ich krass ich hasse die Awe wenn ich als Kinder ne ah recht schon er ist hier drinne hab ich mit mir geht's dann mit mir geht's auf der krasse Staffel ey bei der da noch einer bei der da noch einer easy geht's um und klick oh man ich wollte die Ecke auch auch Ficken kein ich hasse Spiele nicht's gar ich hasse Spiele ich spiel nie wieder was nur ne Serien guck mehr ohne ähm das ist peinlich aber aber du fasst jetzt hat er ein Diffuser ja jetzt schon die ist auch 2 3 12 2 die 2 letzte Runde voll bei mir vorbei so wie bei der Linie das ganze gilt noch ein Punkt das war beleidigend nur kurz blüß ich jetzt einmal auf B auf Arme nicht mir in zeit b nein vor sich aber weg gucken danke vor sie haben damit hat daneben geschossen kann nix der brot brennt zu teilen also eine kommt bitte rechte ecke war noch einer Nein, zwei noch geradeaus durch, die laufen beide nach rechts rüber. Oh Mann, ja. 25,001. Als ob, Mann. Die bin dir ja fest, AOG, ne? Alles in der Welt. Ach egal. Die müssen kommen. Komm, 13,2 rausgehen, das erzielt. Ah, da ist jemand, hallo. Zwei, drei, I don't know. Flashbones, also gleich kommt auf jeden Fall Mitte sein. Okay. Oho. Was, ich wollte einfach gar nichts, ich wollte einfach kommen lassen. Geh, 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 geh. Nein, okay. Fight hat nicht mehr G gedrückt. Wie bitte? Du drückst nicht mehr G. G. Leucht. Ich hab grad zwar mal G gedrückt, genau in dem Moment wirst du weg. Juhu. Juhu. So, zwei Runden noch. Ist er deutsch? Dann alles drin außer Los. Nein. Ist du deutsch? Wer hat juhu geschrieben? Juhu. Ja, und? Juhu ist aus deutsches. Nee. Nicht? Ich find schon. Warum ist echt wenn ich an der anderen Seite? Aua. Weil wir wissen, wo die wegkommen. So einfaches. Fuck. Stimmt, der hat ja mehr Hexen. Sven hat jetzt die Leute rotieren. Ja, das kann gut sein. Ah, die sind hier oben alle in der Mitte gewesen, war in der Mitte. Ich renne zu weit. Ich rette. Jesus Maria hat in der Mitte durchgerannt. Wieso Maniacs? Nee, nicht alle. Einer ist noch der Blau. Einer ist noch der Blau. Ja, was da hält? Ich hab einfach grad's mal schnell angemacht. Deine, der Hebsthaut. Und einer noch übersporn. Komm, die mach ich jetzt auch. Oh, der hat, ich dachte gerade, ich hab Steps gehört, Alter. Ei, ei, ei. Wann der Mitte, ne? Woho. Da, da, da. Okay. Einer weh? Ich komm da einfach nicht hoch, ich bin einfach zu fett. Das war ein Weh-Blend. Oh, okay, jetzt erst mal die Witz ab. Habt ihr das, du musst reinpushen. So. Hinten links ist noch eine Ecke. Das hilft, glaube ich. Noch laden. Aua, 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 nicht neigen, bitte. Aber schon gewonnen. Let's go. Ja, du kommst schon. Ja, du hast eh Ding, du hast eh Kett, das wäre... Stich. Ja, ich hab meine Kett extra gekauft. Du musst 26 leben, ich lass es lieber. Ich hab's nicht gewonnen. Besser, 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 besser. Ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Ich nehm mal die UMP, erlädte es uns. Bin mir auf die WP vorhanden angriffen. Was ein Antiteam-Player. Das ist echt gut hier. Ich, endlich meine Runde nennst du Stompf. Weißt du, endlich mal Gegner Stompf. Geil. Ich geh auf A. Ich geh auf B. Ich geh auf B. Ich geh auf B. Okay, das ist ein Gebet. Yikes. Nice. Achtung, Flash. Achtung, Willkommen. Ich glaub, die kommen diesmal nicht hier. Nee, das wollen wir mal einfach hin. Und dann, ich geh schon mal weg. Bitte! Mirko, Unterführung, Unterführung hinter dir! Ja, 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 ja. Halt, halt, halt. Nice. Okay, warum will ich bei uns? Der war ein anderer. Da war noch einer Mirko. Ja, ich krieg's mit. Auf meinem Kopf! Au. Oh, ich hab noch 13 Kugeln. Das, deine müssen wir 45 noch haben. Och, nein, wo kommst du denn jetzt noch her? Ich glaub, das sind... Ja, war mein. Ja, 2B. Einmal auf A. Ah, ja, die Bombe. Ja. Sven, Bombe verteidigen. Ja, ich bin bei der Bombe. Ich lebe recht die Tür ab. Da kommt einer gerade. Ja, genau so. Easy Sven. Locker. Übrigens, wenn man mich hinsetzt, also beim Schießen hinsetzt dann, dann sprayst du genauer. Okay. Viel Spaß. Ja, nein, ja, das war schon richtig. Ah, fuck. Ich dachte, er konnte es durch die Doppeltöder. Ja, werfen muss ich auch. Also, ich muss Eko'n. Ich muss auch Eko'n. Oh, du hast schon 3 verloren, ey. Ich mach schon gar keinen Bock mehr. Ich bin nur die, die Leute. Die will keine Rüste, die ist man. Ja, komm mal, ich komme mit dir. Und jetzt was mit einer anderen, was nicht auch unbestimmt, ist es nicht. Aber ich bin geblüht. Aber ich bin geblüht, bleib vor allem damit geblendet. Jux. Da behalte ich die Tür hier im Auge. Wenn du verletzt, die gleiche Tür, ich glaube, das nicht so gut. Einige, die da wird geblüht. Da guck' ich, Sven. Wo sag' ich hin? Das passt schon. Ich muss das Wort gucken, ich komme rüber auf B. Zwei auf B. Okay. Der Mate ist gut. Sven regelt. Sven regelt an. Sven, auf B, schnell. Okay, okay. Ich bin recht durch. Oh, die USB ist so hart. Sven alleine gegen vier. Sie warf, ist so hart. Wer hat die erfunden? Den, pumpt sich die Frau weg. Ah, ja. Ey, fast. Ah, fuck ey. Passt. Jetzt bin ich auch einer mitgenommen. Ja. Ich bin alle mitreden. Und wer hat das geholt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Jetzt beihe ich wieder. Oder könnt ihr gar nicht? Naja, ich war 1.900. Ja, cool. Dann kaufe ich mir jetzt... Trotzdem Helm und Schuhe. Ja, ich kaufe mir eine Pistole. Gar kaputt. Man muss USP direkt. USP oder UMP? Was war bei dir Schmutz? Okay, Leute. USP ist absolut Schmutz. Ebi, wir müssen das doch jetzt mal hier hinkriegen. Locker, locker, locker. Okay. Flash. Aber du hast das Molo. Einer falsch. Nützt sich ja nicht. Oh nein. Rauch. Und das war der Nate. Achso. Und übersehen mich in der Ecke. Boah, es war bei. Good job. Der Heller. Wer fährt da noch zwei mindestens? Ich bin tot. Der läuft ja. Der schiebt einfach alles. Ja. Mitte noch zwei. Rechts haben wir sind noch Steps. Alter, ich drehe durch. Na, das war das. Das ist genau. Nicht, bleib, 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 bleib. Aber die Tür abdecken, da müssen die nämlich hin. Okay. Okay. Also, Mädchen findet den Boden, glaube ich, schön. Wo liegen die Bombe? Die sind in der Mitte. Also, da, wo ich ihn gucke, gerade. Da, das ist wirklich. Ernsthaft jetzt. Ah, die rotieren zurück. Ja, das war ein B-Plan, ich weiß. Ja. Ist er irgendwie flash oder sowas? Nope. Eines links war der Säule. Eines Main. Oh Gott, Alter, mein Aim. Alter, links auch noch. Links Säule und rechts. Ja, links war zwei. Von hinten. Ich glaube, das ist die T-Map. Scheint ein Angreifer zu senden, ja. Ja, aber ich meine, jetzt können wir auch gegen kaufen, bis die T-Map probiert, testen wir jetzt einfach mal raus. So, jetzt der erste richtige Full-By von unserem Team. Ja. Außer Mirko. Mhm. Warum? War einfach zu wenig Money. Die D-Gel war wieder zu teuer. Stich, stich, stich. Warte, Mirko, flash. Da sind zwei oder drei. Okay. Ich bin tot. Aber. Direkt bei B. Wäre schon, wenn niemand helfen kommen könnte. Ich bin hinter dir. Okay, gut. Ich will Steps-Win. Dix hast du gesehen? Gut. Was mit ist es? Wofür hilf? Du hast es, du hast nur, dass ich da Substream habe. Aber, wenn du das glaube ich dauernd. Nee, warte mal. Wollt ihr oder Bitten? Ich weiß nicht. B war aber auf jeden Fall. Was nur warst du? Äh, P. Ja, keine Ahnung. Nee, Yannick. Äh, P. Äh, P. Äh, P. Äh, P. Äh, P. Nee, hab' 1. Hinten, hindurch. Ich hab' keine Nächsten. Ich hab' nicht. Jetzt eher weder A. B, B. B, B, B. B, B. Ja, einer ist noch da. Der Eck ist immer noch gleich ins Spot. Ich hab' nicht mehr ins Spot. Ja, und jetzt. Von hinten. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ja, ich hab' nicht von dir. Oh, komm! Oh, komm! Das hält ihr mir aber. Auf und down. Lull. Alles klar. Außer Lull. Mein Name. Nice! Gakabobler! Auch! Mein Bobbel! Das war deine Kniekehle. Füßig lächeln. Alles drin außer Lulles! Let's go! Na, weh! Oh, weh! Okay, ich hab zwei Flashes. Ich geh mal aggressiv in Double Doors. Ich mach dich mal mit. Oh, ich hab noch mal gesagt. Oh, Gott! Halt mal wieder so motiviert. Ja, ne, es war nicht irgendwie. Er getroffen, ich nicht. Eine bei euch, oder? Zwei sind auf jeden Fall mit. Ich halt A. A ist bisher nix. B ist bisher auch noch nix. A kommt bot. A kommt bot. Soll ich bei B bleiben oder soll ich rotieren? Also noch haben wir die Bombe nicht gesehen. Bleib erstmal noch. Okay, noch einer. Aua. Juhu, der... Nein! Oh, wer, wer hat grad'n zwei. Da ist'n zwei. Oh, Mann! Haben wir bei B geholt? Ja, Sven, da sind die anderen. Oh, Gott! Vergass. Messer die Hand, da bist' schneller. Ja, ich hab' überwärts, dass ich dein Gegner sehe, was du da zu lang gesagt hast. Ja, jetzt, jetzt wechseln. Ach, Mensch. Na gut, das müssen wir belassen. Das sind drei Leute. Wenn nicht alle auf die Tür gucken. Oh, Scheiße. Ungefähr, ja. Heck mich doch. Ich komm gleich rum, Kappa. Komm, einer. Okay. Ich hab' sowas nennt man... Ja? Egal, lieber nicht. Ja, ich geh' Bay. Ich geh' diesmal A. Ich geh' mit B. Block nicht. Ich mach' Brandmitte. Immer, immer diese grünen. Na, da geh' ich Mitte oder so für A, keine Ahnung. Na, guck, geh' mal aus, Sven. Oh, das war ne Scheiß-Smoke. Und das war ne schöne Blend. Aua. Blend das raus? Mindestens einer Mitte? Ne, auf B ist der Blend gewesen. Also, ich hör' hier irgendwas davor schießen. Was können ne Köder sein? Ja, aber mit zwei verschiedenen Waffen, das ist nicht nur eine. Dann können zwei verschiedene Köder-Granaten sein. Ist so krass. Na, VVB ist immer noch was. Sven, guck du außen, ich guck' hier, wo du hinguckst. Guck' in die andere Richtung. Okay. Andere, ja, genau. Ich glaub' die wollen baiten. Ja, das hört sich hart so an. Hm. Was schießt der denn bitte? Ja, ich hab' so A gesehen. Zwei? Zwei, zwei, zwei? Mhm. Ja, Bombe ist denn jetzt aktuell da? Bleib so, Sven. Ja. Bei mir? Zwei Leute, zwei, drei Leute, drei sogar. Sind zu dritt bei A durchgekommen. Ja. Einer war glaube ich Mitte oben noch. Ja, einer schon am Spot. Mitte, Mitte, Mitte. Okay, einer kommt jetzt Mitte. Genau. Dann müssen wir am Spot sein. Im Nebel. Ah, da, der, nice. Genau. Let's go, Jungs. Win! GG! Stich! GG, Leute! GG! Stich! Stich! Oh! Geil! Geil, Leute! Meist halt am Leben. Okay. Vielleicht bei Waffentrainer. Ja, hier Sven. Sven ist freundlich ein guter Anführer. Oh, die geh ich halt. Ich will ein Skin. Ah, warum kriegen die denn was? Trostpreis oder was? Was hat denn das? Die Mädchen, der Trostpreis. Ah, fast neutral reingegangen, äh, rausgekommen. Oh! Ach, da waren's, die waren auch ranked. Einer von denen war Silber und zwei, die waren Gold Nova, Leute. Die waren Gold Nova. Wo ist das alt, Jungen? Alter. Das waren Gold Nova, Leute. Jungs, ich komme wieder rein. Der wird trotzdem fertig gemacht. Ja, die waren schon ranked. Was geht? Habt ihr's gehört? Was sind die für Ringe? Äh, Silber 3 oder Silber 4 und Gold Nova 1 waren zwei Leute. Bis zum nächsten Mal.